Musik 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 Das war's für heute. Ich habe einen Kohnen. Ich bin hier so Zhang, ich habe einen K gazen, mit dem blue ich muss. Es ist sehr gut. Ich habe ein Kohnen mit dem Klaa. Es gibt ein Kumpel. Da kommt noch Werber, und ein Keiner. Man ist eben noch nicht mehr zu finden. Ich beseide mir einen KICHEN. Ich bin auch wieder nach Hause, ich finde es sehr, sehr gut. Meine ich habe alles gut. Er ist auch einfach. Er ist so einfach. Er ist jetzt schon einfach. Er ist jetzt einfach so einfach. Dann wäre es doch einfach so einfach. Oh, der ist doch einfach so einfach so. Ah, der kann ich so einfach so einfach. Wow! Yes, wir alle haben diese Maschinen. Danke, dass die Hände nicht alles gut ausgehen sollen, das in die Hände nicht zu erweitern. So ist sie wohl so gut, dass sie zurückkommen sind. Ich bin ebenso ein Problem. Ich bin immer wieder zu der Wörter kommen. Ich bin immer wieder zu haben. extrem schwer zu sorgen. ... das ist ein Schnellschirm,ir die Hände nicht so gut. Ich bin ja schon sehr gut... Ich habe nicht mehr genug, es war nicht so gut. 1,3,0,0,5 Probeinbing Jetzt zum Spiel Ich hab die Boxen. Ich hab die Grillchen. Ich fahr' aus dieser Player i7. Ich hab die Boxen. Jay sollte ich meine Boxen elder palavrasystem machen. Ich werde mich loslaufen, ich bin jetzt auch ohne. Ja, ich bin der Erste. Du darfst jetzt nicht ganz gewusst, wo wir direkt rausgehen, lieber. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen gehen. Ich bin schon gleich, ich bin schon im Ziel, lieber. Ich bin schon im Ziel. Ich versuche mal auf dich zu gucken, ob bei welchem... Bei welchem dann ist das so. Kommt, jetzt mal alles auf. Kommt! Kommt! Die Menowsze und Unter Давай. Kommt! Kommt, jetzt rein. Kommt! Kommt, jetzt rein. Kommt! Kommt, jetzt rein. Ja, alles gut, verlass. Ja, alles gut, verlass. Ja, alles gut, verlass, 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 verlass. Wahrscheinlich sind sie so scheiße, dass ich direkt meinen elften Sieg hole hier. Ja, alles gut, verlass, verlass, verlass. Ja, alles gut, verlass, 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 verlass. Ja, alles gut, verlass, verlass, verlass. Ja, alles gut, verlass, 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 verlass. Ja, ich hab hier grad einen Win geholt. Ich hab hier grad einen Win geholt. Oh mein Gott, ich hab meinen elften geholt. Ich erstell schon mal den nächsten Raumcode, okay? Ich erstell schon mal den nächsten Raumcode, okay? Warte, ich geb den Winkel rein. Oh mein Gott, du bist für ein Walk-It-Rumble? Oh mein Gott, du bist für ein Walk-It-Rumble? Welche Farbe bist du? Oh. Das ist immer die Bestes. Weil Team Blau gewinnt meistens. Ich sagte gleich den Raumcode und dann ist's gut. Wie viel steht's? 3 hat 8 oder was? 3 hat 8 oder was? Also 3 hat blau und gelb hat 8 oder was? Hä? 7. Okay. Warte, ich muss hier kurz wo mein Papa umbringen. Warte, ich muss hier kurz wo mein Papa umbringen. Warte, ich muss hier kurz wo mein Papa umbringen. Two hat jemanden. Wie viel steht es? Wir stellen uns ja, das ist sicher. Es geht, ich muss hier kurz wo mein Papa umbringen und es nicht einfach wo mein Papa, Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Game ist geiler als Fortnite, oder? Und morgen kommt schon der nächste Pass. Da musst du dir auf jeden Fall 20 Euro drauf haben. Kannst du den kompletten Pass nicht kaufen? Für Videospiele, meinst du? Ähm, das gibt's auch auf PC. Das gibt's auch auf Playstation. Also quasi Videospiele. Du bist aber neu gefahren. Achso, ja. Okay, dann komm mal in die Lobby, verlass, und dann sag ich dir... Da steht unten in die Lobby, verlass, und dann sag ich dir... Da steht unten in die Lobby, verlass, und ich spiele auf mein... Ich spiele gerade auf mein... Ich spiele gerade auf meinem zweiten Bildschirm gerade Fortnite, das heißt... Und Fortnite, und Fortnite, und... Nein, Spaß. Nein! Jetzt... Nein! Jetzt... Ich sag's dir jetzt! Ich sag's dir in den Raum... 1... 7... 0... 3... 5... Ja, und jetzt auf Spielen. Und jetzt auf Spielen. Ich sag ihm... Genau. Leute, ähm, dann... Dann sag ihm, wenn du die 100.000 Abonnenten in diesem Jahr noch schaffst, diese letzten paar Monate... Dann machen... Dann... Ähm... Dann kriegen die von mir... Dann steck ich mit dir... Dann mach ich mit dir einen Live-Club, und die kriegen von mir 40.000 lieber. Äh... Digga, wo bist du? Wer bist du? Wo bist du, Digga? Der braucht wie... Ich hab schon ne Gretchenmaut, weil ich so ein Volkprofi bin. Oh, dieser Elie macht mir grad richtig konsequenzen. Ich guck gleich mal, wo du... Ob du rausgeflogen bist. Ich bin schon wieder Erster im Ziel. Ich bin schon wieder der Erste. Ich war der Erste, der im Ziel war. Ja... Das ist einfach, diese Map. Oh, das war's schon. Ähm... Ich bin... Ich bin... Player... Ich bin... Player... I7... Keine Ahnung. Äh... Ich bin... Player... Äh... Bomberne Mord. Oder Bomberne Mät. Aber... Wir nennen's alle Bomberne Mord. Oder dann... Oh ne, mein absoluter Hass mit Space Ways ist so ne Asthmat, Digga. Space ist so ne Asthmat, Digga. Dieser Witz war gar nicht voll. Digga, wenn du... ...ass mit Kai ist, Digga. Ich spöre dir, du wirst das genauso hassen, wie ich das gern. Spicc... Space Ways! ich ich heiße player ich bin dieser box du kannst du das auf dieser map ja 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 ist es richtig jetzt kommt mal wieder bitte auf meinen die nahe jetzt aber schuld er hätte mich gerade die höchste an was ich hier alles sage 3 4 4 4 5 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 6 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 9 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 13 13 14 14 15 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 Jaja, du hast doch gar keinen. Welche Map haben wir? Welche Map haben wir? Echt? Ich hab kein Vorreis. Ey, wer bist du? Wer bist du? Ja, ich bin hier das Skelett, das hier richtig krass Moves macht mit dem Gerät. Wer bist du? Ich bin nicht weit hinten. Bist du noch sehr weit hinten? Ich bin der Erste, der im Ziel ist. Ich war der Erste. Ich guck gleich mal, wer du bist. Bist du schon im Ziel? Eva, was verlierst du jetzt? Willst du mir jetzt zugucken? Kannst du mir jetzt bitte mal zugucken? Guck mir bitte jetzt mal ein bisschen zu. Es ist Bombe. Es ist Laser Tracer. Es ist Laser Tracer. Tja, aber safe werde ich in dieser Runde auch nicht weiterkommen, weil es ist zu dunkel. Oder bei Laser Tracer. Hier sind sie immer richtig irrenlos. Bei Laser Tracer sind sie immer richtig. Ich glaub ne Laser Tracer wird sie nicht. Laser Tracer sind sie immer so irrenlos. Ich bin das grüne Skelett. Player I7LBQ B A O T 9 B Hör! Er nimmt mich raus! Er grätscht mich! Er grätscht mich raus! Er grätscht mich raus! Ja, ich grätscht mich raus! Oder wenn sie jetzt super sind, kommt der gleich raus! Ich grätscht mich raus! Ich grätscht mich raus! Was ist die neue Map? Das ist ne neue Map! Das ist seit dieser neuen Season. Das ist seit Halloween. Und die Käfer! Und Achtung, guck mal was gleich passiert! Gleich kommt da so ein Frucht- Guck mal, dieser Frucht-Strahl! Da passiert was! Achtung, wir sind vielleicht frei und dann... Ja! Du wirst dadurch aber nicht durch und dann sterben, sondern du wirst nach außen gevollert! Bulasch! 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 Ja, ich schau grad den... Ja! Oh! Ich glaub, das soll kein Haus gehen, oder? Nein! Frag keiner, du blieb raus! Ich mach kurz noch einen neuen Raum... Ich mach jetzt kurz einen neuen Raum-Code... Und dann... Okay, ich mach kurz einen neuen Raum-Code... Und dann... Okay, ich mach kurz einen neuen Raum-Code... Ja! Und auf Spielen klicken! Du sagst mir gleich, welches wir nett haben, okay! Oh, jetzt kommen aber... Oh, jetzt kommen viele ähm... Hier erwähnten aber die Bots! Jetzt kommen ganz viele Bots! Weil wenn das so langsam ist, dann sind's ganz viele Bots! Dann ist das die Hälfte der Bots eigentlich! Ja, das sind nur Bots! Ja, das sind Bots gewesen! Wir sind schon wieder in der totalen Bots! Welche Map haben wir? Wer bist du? Oder ich glitt schon! Du bist ganz vorne! Oh, Digga! Welcher bist du? Wer, wer... Oh mein Gott, Digga! Welcher bist du denn? Boah, was willst du eigentlich? Immer ganz irgendwie! Ich bin schon wieder ganz vorne! Normalerweise bin ich so scheiße hier drinnen! Normalerweise komm ich manchmal sogar gar nicht in den ersten... Nee, was sind wieder... Was hab ich heute eigentlich? Was ich versuch dir... Ich versuch dich zu filmen! 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 Mapp ist ekelhaft, ne? Ah, Digga! Du hast den neuen Bot! Du hast den Bot! Alter, was geht, Digga! Ich bin hier das Skelett! Was geht? Digga, du bist ja ganz vorne, Digga! Was geht, Digga! Was ist denn? Ich bin hier vorne das Skelett! Komm mal, ich kenn hier einen kleinen Mini-Glitch! Und zwar musst du einfach nur hier so... Sich mit... Sich mit dem Heckstrung einfach hier so lang... ...bringen lassen! Egal, ich überlebe das manchmal sogar viermal oder fünfmal! Ich versuch's auch sowas? Nee, ich versuch's nicht! Musst du nochmal was von vorne? Ich versuch's nicht! Ich versuch's nicht! Okay, war nicht Ehrenmann! Ganz auf die Außen lang, ne? Doris! Geh durch, Digga! Wirst du doof? Ich versuch's nicht! Ey! Das ist doch mal ne fette Grätsche, Digga! oh mein gott einfach Einfach, du sagði, du gekkst mjónum Þú stóttir þett vatni malum Víkó, þú gaf ekki þér í magna En hún var að hérna Kom ein gott, hérna bíttu, 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 lilla, lafala, henni Lilla, lafala, henni Lilla, hérna, hérna er þessu hans tíði, henni þetta er það á hverju Okay. Hey, ich bin an. Ich bin an. Okay, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Lasst ein Like und hau' da. Das ist für euch wahrscheinlich ein kleiner Klick, aber für mich ist das eine riesige Unterstützung. Dann bitte, wirklich, lasst ein Like und hau' da. Haut da rein bis dahin. Tschüss.